Musik Neuenburger nun im Zwang mehr Risiko einzugehen, bis Gott agiere, doch der Schusswinkel war... Erneut Aguirre, die Vorlage für Biscot und auch der Stürmer aus dem Kongo lässt sich diese Chance nicht entgehen, 2 zu 0. Aguirre einmal als Torschütze, einmal als Vorbereiter, Iverdor auf dem Weg zum zweiten Saisonsieg. Das 2 zu 0 erzielte Biscot, 10 Minuten vor der Pause. Erneut Aguirre. Grand soleil, mais température proche de 0, pour la venue d'un FC St. Gall, pas forcément attractif, et en plus, guerre dangereux au cours des 45 premières minutes. Des conditions qui ne refroidissent pas Biscot, qui inquiète en solitaire Razzetti dès la première minute. Belle frappe du Kongolais, l'arrêt, les toutautons. Iverdor, jusqu'à la 22e minute, Iverdor maîtrise son sujet, à l'image de cette ouverture du même Biscot pour aguirre. Petit coup d'œil et frappe enchaîner, qui laisse... Iverdor-Angriffe hatten Seltenheitswert. In der 21. Minute vernaschte links aussen Biscot Schwegler, aber die Hereingabe war kein Problem für die IB-Abwehr. Der Aktion zeigte Biscot, dessen Schuss aber von der Lappenunterkante zurückprallte. Wobei Goli Herzog viel Glück hatte, beinahe hätte er den Ball noch über die Torlinie buxiert. Hin und wieder gelangen den Wattländern ein paar hübsche Spielzüge, ohne jedoch Torgefahr zu provozieren. Biscot in die Tiefe für Milicevic und der Ausgleich war perfekt mit der ersten Chance. Schoss Iverdor gleich sein erstes Tor nach einer halben Stunde. Die GC-Abwehr wurde mit einem Pass ausgehebelt. Milicevic bedankte sich und verwertete sicher. Biscots Pass liessen De Nikola und Stepanovs passieren. Ein schwacher Auftritt der GC-Innenverteidiger. ...de van der Asatz in El Haimur, hier mit der Nummer 3, mit dem er zusammen das 1 zu 0 für Iverdor vorbereitete. St. Gallens Torhüter-Wüterich konnte den Ball nicht festhalten. Der Brasilianer Macau stand am richtigen Ort und traf zum 1 zu 0. Die zweite Halbzeit. Biscot versetzte auf der Seite draussen Zellweger. Der Abrauner fiel Milicevic vor die Füsse und der traf zum 2 zu 1 für Iverdor. Das dritte Tor für Milicevic, seit er in der Winterpause von Lugano gekommen ist. 10 Minuten vor Schluss. Biscot mit einem Sturmlauf. Dann Grubesitsch. Unglaublich, dass eine solche Chance nicht ausgenützt wird. Golomba hielt den erbärmlichen Schuss des eingewechselten Grubesitsch. Wer solche Möglichkeiten versiebt, kann nicht gewinnen. Iverdor in den ungewohnten blauen Tönnies, das mit einer ersten flüssigen Aktion Torgefahr kreieren konnte. Marsilja kam unbehelligt zum Abschluss. Der Abpaller bei Biscot, das 1 zu 0 für Iverdons Torhüter in der 33. Spielminute. Samaxhüter-Kale vorerst mit einer brillanten Reaktion, danach aber chancenlos. Kurz vor Schluss traf Biscot zum Schlussresultat von 3 zu 1. Iverdor war heute einfach die glücklichere Mannschaft. Rollte die Iverdor-Angriffswelle bis Scott und Yaki, der schon verwarnt war. Schiedsrichter Zimmermann brieb nur das Zücken der roten Karte gegen Kim Yaki. Zomo, che è stato certamente uno dei migliori in campo per la squadra di Roberto Morinini, ma ha fallito anche alcune occasioni interessanti. Quindi vediamo superare Maestrovic, entrare in area di rigore e colpire direttamente il pallone quando c'era Marcao, il brasiliano, al centro dell'area di rigore che chiedeva e urlava la sfera. In modo Biscot preferito. Don che prova a realizzare il gol d'apertura, Quino Seda. L'appoggio di Marcao ancora Biscot e conclusioni immediata di sinistro. Buona iniziativa del giovane giocatore del Congo, che però anche in questo caso non riesce a colpire in modo perfetto il pallone e concludere verso di Roberto Morinini, mentre ancora una volta L'Iverdone prova a realizzare almeno il gol del 1-2 e poter rimettere in discussione il discurso relativo risultato ancora una volta. Stürmerqualitäten wären bei Iverdone also mehr denn je gefragt gewesen, doch Biscot und seine Kollegen kamen vorerst nicht zum Zug. ...nicht gut im Griff. Dies entjahe Biscot anspielte und dieser Portillo abschüttelte. Besser hätte Iverdone nicht in diese wichtige Partie starten können. Mit der ersten Offensivaktion gelang auch gleich der Führungstreffer zum 1-0. Es war der achte Saisontreffer für den Mua. 1,65 grosse Kongolese Biscot. Mit der Nummer 4, das ist Emmanuel Adebayor. Bei der später vergangenen Wochenende noch für Portsmaus, kam also verspietet. Zur kongolesischen Auswahl ist jetzt aber drauf. Er trägt die. Wacker setzt sich durch, wieder Mua, Vorsicht. Immer noch nicht bereinigt die Situation. Und dann dieser Schuss aus spitzem Winkel. Da hat Cossi Agassar gerade noch seinen Weg bereinigt, denn der war schon auf dem Weg nach vorne. Glaubte da eher an eine Flanke, denn an einen Schuss. Und dann dieser Überraschungsversuch vom Biscot und Baller. Und um ein Haar die Führung für die Kongolese. Klasse Aktion vom Spieler mit der Nummer 5, wieder am Ball. Wir nehmen das nochmal nachgereicht. Sehr schön mit der Brust vorgelegt und dann direkt durchgezogen. Den Ausgleich zu erzielen. Besser in der Quali zum Beispiel als die Gedrückbar. 21 Jahre jung. Am 26. Februar wird er 22. Und Baller für die Demokratische Europäische Kongo. Vorsicht, gute Aktion von ihm. Der Abschluss dann auch ist nicht so sehr der Spieler von Iverdor. Bisher hat man nicht den Eindruck, dass Togo hier die Mittel hat. Eine echte Ausgleich anzuzetteln. Ganz im Gegenteil. Weiter die Kongolesen. Schussversuch von Baller. Und er wundert sich, dass die Bühne weiter auf seinen Kasten kommen und nicht auf den anderen. Und auch da fehlte nur ein knapp halber Meter. Kabamba Musasa kommt rein von Istanbulsborg in der Türkei. Für Nibala von Iverdor in der Schweiz. Auch von dem war das eine prima Leistung. Alle Achtung. Wo ist Biskos? Jetzt Kinkala. Luar Luar. Trying to make the difference for them. Just a panicky finish, really. Von Biskos und Baller. Biskos ist jetzt gerade wieder zurück in der 6-art-box. Luar Luar hat wieder in die Box. Lovely ball, unselfish play by Luar Luar. Luar Pudde might have taken the shot on himself, but... Bred it to Biskos. Should have just cut the ball across. Great play by Luar Luar. Skips between the two defenders. Blue on two. He then breaks into the box. Luar Luar. That was just a bit of a panic. Back. Nach Tudor, den Ball in der Nacht, den 10. Und der andere macht's, gut, guter Versuch, Kalender kann's nicht fassen, den Baller. Und der Vorstoß und die Gelegenheit, ja, mach ihn, nahm die Latte, aber welch ein Solo, das war, welch ein Lauf, also da hätte er, da hätte wie sonst. Hier wird gleich die Abwendung verstärkt, gut, das braucht sie auch, aber hier, im Baller. Sie nahmen verständlicherweise ein wenig Tempo raus, ohne jedoch in Gefahr zu geraten. Thun war nicht imstande, die Zürcher in Bedrängnis zu bringen. Die 78. Minute, Dos Santos als Vorbereiter und Biscot mit dem 4 zu 0. Biscots erster Treffer für die Grasshoppers, der kleine und flinke Stürmer war vor der Saison. Die 78. Minute, Dos Santos als Vorbereiter und Biscot mit dem 4 zu 0. Die 79. Minute, Dos Santos als Vorbereiter und Biscot mit dem 4 zu 0. Die 79. Minute, Dos Santos als Vorbereiter und Biscot mit dem 4 zu 0. Die 79. Minute, Dos Salzburg. Die 78. Minute, Dos Santos als Vorbereiter und Biscot mit dem 1. Die 79. Minute, Dos Santos als Vorbereiter und Biscot mit dem 1. Die 79. Minute, Dos Santos als Vorbereiter und Biscot mit dem 1. Die 80. Minute, 30 Alpha stören neben jemandem zu Leaviaier und Biscot mit 1. Der ап! Der Dr. Te vide очень flingger Sie in das Vorbereiter und Biscot mit dem 1. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020